Der Meister der Elektrofirma Elektroblitz wird von dem Inhaber einer kleinen Schlosserei angerufen. Firma Elektroblitz Fischer am Apparats. Ja, König hier. Schönen guten Tag. Metallverarbeitung König. Hallo Herr Fischer. Dieser hat bei einem bekannten Internet-Auktionshaus eine gebrauchte Standbohrmaschine erworben, bei der das Netzkabel abgeschnitten wurde. An diese soll schnellstmöglich ein neues Netzkabel montiert werden. Der Meister notiert die technischen Informationen des Motors, um die entsprechende Anschlussleitung dimensionieren zu können. Nachdem der Meister die Anfrage erhalten hat, prüft er die bisherige Zahlungsmoral des Kunden mit Hilfe der elektronischen Kundenkartei. Anschließend erstellt er am Computer ein Angebot für den Anschluss der Netzleitung an die Bohrmaschine. Ist das Angebot erstellt, wird es per E-Mail an den Kunden versendet. Der Kunde liest aufmerksam das Angebot und erteilt per E-Mail den Auftrag. E-Mail den Auftrag des ZD« Untertitelung des ZDF, 2020